Surah 99 Esselsele Das Beben Offenbart zu Al-Madina 8 Ayat Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs des Al-Abarmas des Barmherzigen Wenn die Erde in aller Heftigkeit erbebt Und wenn die Erde ihre Lasten, die Toten, herausgibt Und wenn der Mensch sagt, was ist mit ihr? An jenem Tage wird sie ihre Geschichten erzählen So wie ihr Herr es ihr eingegeben hat An jenem Tage kommen die Menschen in Gruppen zerstreut hervor Damit ihnen ihre Werke gezeigt werden Wer auch nur ein Stäubchens Gewicht Gutes tut Der wird es dann sehen Und wer auch nur ein Stäubchens Gewicht Böses tut Der wird es dann sehen Ich bin hier ein Stäubchens censorship Ich bin hier ein Stäubchens Vielen Dank.